Ja und somit herzlich willkommen zurück bei Ready or Not. Wieder zu dritt. Oder besser gesagt zu viert. Das seht ihr jetzt gerade gar nicht. Es kam noch ein vierter Spieler dazu. Und wir machen den Raid. Äh, bei den Docks glaube ich. Ne, Tankstelle. Mal schauen wie das heute so läuft. Vielleicht besser, vielleicht auch schlechter. Uh, ja nice. Er macht einfach voll die Tür auf. Die gehen einfach alle alleine. Das ist das Problem. Die gehen alle alleine. Das ist das Problem. Wahrscheinlich war es das dann auch schon. Ja. Nice one. Und das ging jetzt ratzefatze. Nicht mal vier Minuten. Äh, es lief gut. Oberschnell aber auch nicht so gut. Ein Officer down. Und das sollte natürlich nicht passieren. Aber trotzdem ganz okay. B. Note B. Und keine Strafen. Also keine Zivilisten verletzt. Oder gekillt. Von daher, recht gut. Let's a go. Ich glaube die Maps schaffen wir nicht zu dritt. Das würde mich jetzt wunden. Aber werden wir sehen. Äh, fängt schon gut an. Und dann laufen wir wieder irgendwie alleine los. No team playing. They're here. Hände auf! Hände auf! Hände auf! Hände auf! Roger, Entschließung Team. Notifying Medical. Hände auf! Hände auf! Ich will nicht auf deine Hände! Hände auf! Hände auf! Warum auch nicht so schlau? Hände auf! Hände auf! Hände auf! Notifying Trailer! Aber, bisher sieht es gut aus. Ich warte mal hier kurz. Oder hat es den anderen Typen schon erwischt? Ne. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben hier einen tot Suspekt. Geh mit High Ground. Affirmative Entschließung Team. Ist das... Ist das... Ist das... Laufen. So wird das sowieso gar nichts. Aber gut. Der andere läuft hier einfach. Vor wie... Keine Ahnung was. Der sah einfach aus wie ein fucking Bulle. Er... Sorry. Wo ist das? Ja, nice. Was sind wir in den Stairs? Ja. Du noch hier. Der schafft das schon. Oder auch nicht. Watch out. Pass auf! Pass auf! Pass auf! Oh! Wie eigentlich du? Der wird das nicht überleben. So entweder hat es mega geklebt. Manchmal frage ich mich, ob die sich gegenseitig umbringen. Oder nicht. Oder nicht. Wieso hat es da zwei Punkte nur? Wenn es bloß jemanden hat. Komisch. Mal schauen, ob er es schafft. Was. Was. Oh ja. Um. Um. What? Ah, rescue all civilians. Harte. Harte Sache. Alright, I'm out. Okay, thanks for the playing. Yeah, thanks too. Bye. Bye. Ja gut, so schnell kann's gehen. Ich würde auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei RadioNot. Tschüss.